Jeden beschissenen Umwelttrend hab ich mitgemacht für euch, für euch. Ich hab mein Altglas immer zum Container gebracht für euch, für euch. Ich hab mir angewöhnt, Ressourcen zu sparen für euch, für euch. Für wen hab ich es getan? Für euch, für euch. Euch, die nachfolgenden Generationen, ich hab gelernt, dass ich nicht alle Opfer lohne. Für euch, für euch. Ich hab immer grün gewählt, für euch, für euch. Ich hab mich mit dem Einwegwand rumgequält, für euch, für euch. Für wen hab ich es getan? In meinem naiven Wahn. Für euch. Für euch. Für euch zu deinem Wohle. Aber dich interessiert nur deine Gottverdachte Spielkonsole. Um die Matchart-Chessel, Dich und Dreck. Was du wirklich willst, ist neuer Mac. Für dein Atemfremdes in Lorgras. Es ging ein Mensch durch Gucki-Geschosse, Wasserwerfer, Tränengras. Für die Freiheit, die du genießt, in deiner Art genossen wurden Menschen, die besser waren als du erschossen. Für euch. Für euch. Ich hab mein alten Volvo auf den Schrott gefahren. Für euch. Für euch. Und das hat richtig wehgetan für euch. Für euch. Wollten wir lebenswerte Zukunft gestalten, den Ocelot in freier Wildbahn erhalten. Aber ich hab mittlerweile längst kapiert, dass sich keiner von euch für den Ocelot interessiert. Der Ocelot ist eh schon tot. Er starb für euch. Für euch. Für euch. Für euch. Wir haben noch große für recycelt statt vernichtet. Für euch. Für euch. Ich wollt die Dose aus dem Fenster werfen. Ich hab darauf verzichtet. Für euch. Für euch. Firma setzt Blockade. Ihr seid nur Kalorien reduziert in Marmelade. und Status meilen. Ihr könnt euch stundenlang an den Porsche Cayenne aufkeilen. Für euch haben wir uns vor den Atomtransport gebunden. Ihr habt uns dafür peinlich und lächerlich gefunden. Für euch. Für euch. Für euch. Für euch. Für euch. Ich werde jetzt so oft wie möglich fliegen. Für euch. Für euch. Für euch. Die Allergien könnt ihr dann kriegen. Für euch. 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 Untertitelung des ZDF, 2020